Neugierig schaut Dennis Müller Maure Azubi Azim über die Schulter und darf sogar selbst mal ran. Eine Ausbildung im Handwerk, für den 17-jährigen Schüler definitiv eine Option. Man hat direkt sozusagen das Gefühl, also man ist direkt dabei und man hat dann auch ein Erfolgsgefühl, was man jetzt am Schreibtisch vielleicht erstmal über längere Zeit hat, aber es hat beides Vor- und Nachteile. Vor- und Nachteile, von denen sich junge Menschen hier selbst ein Bild machen können. Rund 300 Unternehmen, Hochschulen und Universitäten sind auf der Aus- und Weiterbildungsmesse Jobs for Future in der Mannheimer Maimarkthalle. Der Austausch mit den Ausstellern, die teilweise selbst noch Azubis sind, ist auch für Dennis super wichtig. Besonders interessiere ich mich für, das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen, ich habe auch noch gar keinen richtigen Plan, für was ich mich interessiere. Deswegen bin ich ja gerade hier, um den ersten Eindruck zu bekommen. Ob ein Job als Maurer, eine Stelle bei Mercedes-Benz oder dem Arbeiter-Samariter-Bund. Die Jobs for Future hilft jungen Menschen wie Dennis, sich beruflich zu orientieren. Was man vielleicht sonst nur im Fernsehen gesehen hat, hat man mal aus der Nähe betrachtet. Und man hat auch einiges gelernt und kann dementsprechend auch Erfahrungen sammeln, wohin dann die Richtung später geht. Der 17-Jährige will auf der Messe jetzt noch viele andere Berufe kennenlernen. Und das kann er hier noch bis Samstag. Laut Veranstalter suchen viele Unternehmen noch Bewerberinnen und Bewerber auf ihre offenen Stellen. Die Handwerkskammer bietet zum Beispiel eine Last-Minute-Börse an, bei der mehr als 100 Ausbildungsplätze angeboten werden. Kultus- und Wirtschaftsministerium haben sich verhalten dazu geäußert, einen Tag des Handwerks an den allgemeinbildenden Schulen einzuführen. Den hatte die Handwerkskammerregion Stuttgart ins Rennen geworfen. Grund sind die rückläufigen Auszubildendenzahlen. Jetzt stehen wir hier auf einer Messe, und zwar der Job for Future in Mannheim. Und da frage ich doch direkt mal Herrn Hofmann, wie wichtig ist denn die Sichtbarkeit und die Präsenz auf so einer Messe für das Handwerk in Baden-Württemberg? Ja, also wir sehen das aus dem Handwerk so, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns mit unseren Berufsbildern aus dem Handwerk der Öffentlichkeit repräsentieren und uns darstellen mit den vielseitigen Berufen, die wir im Handwerk anzubieten haben. Was wünschen Sie sich denn vielleicht von der Politik? Ja, also wir fordern schon seit längerem, dass wir die Anerkennung von betrieblicher und akademischer Bildung gleichstellen. Dazu gehört auch, dass wir uns nach außen öffnen können und dass dann auch die Anerkennung für einen jungen Menschen, der in einem Ausbildungsbetrieb oder in einem Ausbildungsberuf dann seine berufliche Zukunft sieht, genauso anerkannt wird wie zum Beispiel dann der abgeschlossene Student, der dann eine akademische Berufslaufbahn einnimmt. Sind denn da schon auch konkrete Forderungen oder Pläne, die Sie dem Land gestellt haben? Ja, zum einen geht es darum, dass wir natürlich diesen Tag der Berufsausbildung des Handwerks in den Schulen fordern, damit wir einfach, wie gesagt, diese Berufsbilder optimal präsentieren können, uns nach außen zeigen, weil oft haben wir die Feststellung gemacht, dass viele junge Menschen und auch erwachsene Eltern nicht die Einblicke in unseren Gewerken haben und das Ansehen eines beruflichen Ausbildungsganges nicht so gut und optimal erscheint wie die akademische Bildung. Jetzt suchen Sie auch ganz konkret hier auf der Jobs for Future in Mannheim. Wie ist denn da das Angebot? Wie wollen Sie hier neue Auszubildende für das Handwerk gewinnen? Ja, wir sind hier auf der Job for Future schon seit vielen Jahren und präsentieren hier die Ausbildungsberufe, die Berufsbilder in allen Sparten, ob das jetzt im Gesundheitshandwerk ist, in den Nahrungsmittelhandwerken oder auf dem Bau oder in anderen Bereichen. Und da wollen wir mit einem ganz breiten Spektrum auch analog den jungen Menschen unser Handwerk näher bringen. Schauen wir doch mal auf die Zukunft, auf die Fachkräfte, die in Zukunft vielleicht fehlen. Gibt es denn da konkrete Zahlen? Ja, also aus dem Handwerk werden wir ca. 250.000 Fachkräfte in Zukunft benötigen, mehr benötigen, die wir jetzt zur Verfügung haben. Und ich stelle mir immer die Frage als Handwerkspräsident und als Handwerker, warum wir diese Berufe nicht besetzen können. Jeder Mensch will gerne kreativ sein, arbeitet gerne in jungen Jahren mit verschiedenen Materialien oder man backt gerne, man kocht gerne oder man bearbeitet Holz oder andere Materialien. Und da haben wir für jeden jungen Menschen auch den passenden Handwerksberuf dazu. Und da kann man dann sein Hobby zum Beruf machen. Was gibt es Schöneres? Herr Hofmann, vielen Dank.